Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schaars Final Podcast Episode 265. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Ja, das übliche Corona Update fällt vergleichsweise kurz aus. Es passiert ja nichts. Wir sitzen zu Hause. Das ist halt der Plan. Das haben wir vor, das machen wir. Und ja, genau so ist es dann halt auch inhaltlich. Wir waren jetzt am, also heute, ich zeichne auf am 3. Mai, Sonntag, 3. Mai 2020 und wir sind mitten in der Corona-Krise. Gestern waren wir einkaufen. Wir hatten einfach irgendwie den Feiertag am 1. Mai verdüdelt und haben gesagt, ja schade, jetzt wir brauchen Lebensmittel, das hilft nichts. Und wir hatten uns eigentlich schon 1. Mai überlegt, dass wir dann ganz früh aufstehen würden, damit wir mit bei den Ersten sind, die zur Ladenöffnung in den Supermarkt gehen, weil wir uns gedacht haben, wir sitzen alle noch gemütlich beim Frühstück und wir können einigermaßen in Ruhe unseren Kram erledigen. Hat jetzt nicht ganz so gut geklappt. Wir sind irgendwie recht spät ins Bett gekommen. Ich war so gegen, weiß ich nicht, halb eins im Bett. Aus irgendeinem Grund konnte dann nicht so richtig einschlafen. Das letzte Mal auf die Uhr geguckt habe ich gegen Viertel nach eins. Wir hatten ja nun aber vereinbart, dass wir am nächsten Tag um acht am Laden sein wollten und entsprechend klingelte also mein Wecker irgendwie um kurz nach sieben und ich habe so mit einem Auge auf mein Handy geschielt, mit aller Gewalt versucht zu lesen, was da steht. Eine Nachricht von meiner Frau morgens um vier. Ich kann irgendwie nicht einschlafen. Ich glaube, das wird nichts mit sieben Uhr aufstehen. Da war ich halt wach. Naja gut, es ist nochmal wie es ist. Wir sind dann irgendwann mittags losgefahren. Ich glaube um eins oder was. Das waren wir dann beim Supermarkt. Mein lieber Schwan. Also die Leute, man muss ja wirklich sagen, die haben alle Masken aufgehabt und das war's. Haben sich alle nochmal schön den Einkaufswagen desinfizieren lassen. Aber das ganze Thema Abstand, vielleicht habe ich da auch einfach ein anderes Verständnis von. Also, weiß ich nicht, man geht da bei unserem Supermarkt durch so einen relativ langen Gang an mehreren kleineren Läden vorbei, bis man dann am Ende, wie so eine Art T-Kreuzung kann man sagen, biegt man links ab in den Laden. Rechts ist nochmal irgendwie ein größeres Schuhgeschäft und vor Kopf ist die Information. Und wir sind also nun quasi auf der rechten Seite des Ganges Richtung diesem Ladeneingang gegangen und biegen gerade noch so ab hinter einer Palette von so einer Sonderaufstellung. Aufstellung, da war irgendwie, was weiß ich, Mineralwasser im Angebot und von links kamen welche an und haben einen relativ schnellen Schritt und guckten auch nicht nach rechts und nach links und sagten, ja, alles klar, wir bleiben kurz stehen, lassen die vorbei wegen Abstand. Was machen die Arschgeigen? Stellen sich mit ordentlichem Abstand an dem Infotresen an. Aber sie haben sich dann so mit Abstand hingestellt, dass wir eigentlich nicht mehr mit genug Abstand an denen vorbei konnten, um durch diese Infrarot-Pforte da zu gehen, um in den Supermarkt zu kommen. Das war schon der erste Moment, wo ich gesagt habe, ich möchte eigentlich nach Hause fahren. So eine Scheiße. Naja gut, dann geht das, also wie gesagt, es gibt so ein paar Engstellen in dem Laden, der ist eigentlich der größte Supermarkt in Husum. Gibt es trotzdem ein paar Engstellen, wo man einfach, ja, wo der Laden einfach auch scheiße dekoriert ist. Ich meine, da haben die ihre Aktionsfläche, räumen sie deswegen ja nicht ab, weil die Leute mehr Abstand halten müssen, sondern ein paar Artikel stehen halt trotzdem mitten im Gang. Das verstehe ich dann auch wieder nicht, aber, oh Gott, ja, sie könnten es auch nicht woanders hinstellen. Und dann kam es einen Fall noch in der Getränkeabteilung, fand ich auch ganz spannend. Ich wollte mir einen neuen Kasten Cola Zero holen und gehe in den Gang, wo das Zeug steht. Und da war halt dann, von der Seite, wo ich reingekommen bin, war gerade jemand dabei, das Regal zu bestücken. Also ich habe gesagt, ja gut, das ist jetzt so eng, kommst du nicht so gut durch. Also bin ich einfach einen anderen Gang parallel gelaufen und biege quasi von der anderen Seite in diesen Gang ein, um an die Cola Zero zu kommen. Da kommt dieser Typ mir entgegen und geht irgendwie im halben Meter Abstand an mir vorbei, weil nämlich vor Kopf an dem Regaleingang, den ich benutzt habe, der Wagen stand, aus dem er sich nur, hat er seinen Palettenwagen abgestellt, aus dem er sich nur da bedient hat. Und dann habe ich es aufgedacht, ja okay, also das funktioniert offenbar nicht. Die Leute schnallen es nicht, ist mein Eindruck. Oder es ist ihnen einfach egal. Naja, also wir bemühen uns da auch um Freundlichkeit und Ruhe. Insgesamt hat der Einkaufstag ganz gut funktioniert. Wir haben uns den Wagen vollgehauen mit den Sachen, die wir brauchten. Das reicht jetzt wahrscheinlich irgendwie bis Dienstag locker. Und dann gucken wir mal weiter, was wir dann machen. Also man muss halt wirklich darauf achten, einfach die Zeiten so auszuwählen mit dem Supermarkt, dass man einfach antizyklisch hinfährt. Also ich habe irgendwann mal die Erfahrung gemacht, dass wenn ich um 13, 14 Uhr in den Supermarkt fahre, das dann total leer ist. Das scheint nicht für Samstag zu gelten. Wenn wir offenbar die Zeit direkt nach dem Mittagessen erwischt haben, was weiß ich. Das müssen wir jetzt nochmal überdenken, wie wir das am schlauesten hinkriegen. Naja, gut. Ja, was dann ansonsten ein bisschen schmerzlich war aufgrund von Corona. Wir haben uns dann jetzt auch entschieden, Deichpot abzusagen. Unsere kleine Gartenparty, die wir letztes Jahr gefeiert haben, hätte eigentlich im Juli ihre zweite Auflage haben sollen. Da haben wir uns jetzt dann dagegen entschieden. Wir sind natürlich weit unter dem, was als Großveranstaltung definiert ist von der Teilnehmerzahl. Aber man muss fairerweise auch sagen, wir hocken da echt eng aufeinander. Und man weiß ja vorher nie so ganz genau, wie das Wetter wird. Und in den denkbaren Havariefall, dass wir irgendwie tatsächlich ein Unwetter haben und reingehen müssen, dann könnten wir halt mit 40, 50 Leuten die Abstände definitiv nicht mehr einhalten. Also wir haben ja sowieso dann immer schon Teile des Gemeindezentrums hier mitgemietet, damit wir dann eben noch Möglichkeiten haben. Aber das würde dann einfach vom Platz her nicht passen. Dementsprechend findet das nicht statt. Genauso wie Bunkerpott, da war ich auch sehr traurig. Ja, also ich habe mich damit gerechnet, dass eins von beiden stattfindet. Aber irgendwie dann so vor den Fakten zu stehen, ist dann doch wieder was anderes. Naja. Fakten gibt es in einer Sache nicht, nämlich in Sachen der Stornobemühungen für mein Hotel in Berlin. Da habe ich jetzt einen Anruf vom Reisebüro bekommen, da war ich ganz überrascht und ich gar nicht gedacht hätte, dass die sich da noch drum kümmern. Die haben tatsächlich proaktiv von sich aus versucht, diese Buchung zu stornieren und sind da auch nicht so richtig weitergekommen. Also wirklich genauso fruchtlos wie bei mir. Und die Mitarbeiterin sagte, also das ist halt gerade so ein bisschen Ping-Pong-Spiel. Auf der Seite von Booking.com heißt es ja, wenden Sie sich direkt ans Hotel. Ich habe vom Hotel die Rückmeldung bekommen, sie haben ja über Booking.com gebucht. Deswegen können wir Ihre Anfrage auf diesem Weg sowieso nicht bearbeiten, das muss über Booking laufen. Jetzt ist die Frage, warum erzählt der Bursche von Reisebüro, wenn er doch von Booking.com gebucht hat? Na, ich wollte halt dieses eine Hotel, das gab es irgendwie nirgendwo anders. Und da haben sie das dann eben darüber gebucht. Das waren gleich zwei Buchungen. Ich habe es, glaube ich, schon mal erwähnt, die erste und die letzte. Also ich möchte nicht mehr mit Booking.com irgendwas machen und ich möchte eigentlich auch, also auch jetzt schon dieses Hotel nicht nochmal buchen, weil die einfach sehr, ja, sind einfach in der Kommunikation sehr schlecht. Reagieren, also beide Seiten, Booking und auch das Hotel reagieren nicht auf Anrufe gerade, sagt das Reisebüro. Ich habe es ja dann nicht mehr weiter versucht. Laut dem Reisebüro ist es eben so, dass viele Reise, also Veranstalter, auch Läden wie Eventim oder sowas, die spielen alle auf Zeit. Normalerweise, also das deutsche Verbraucherrecht sieht eigentlich vor, wenn eine Veranstaltung abgesagt wird oder verschoben wird, dann hat man als Kunde grundsätzlich das Recht auf eine kostenlose Stornierung. Also man muss auch einen verschobenen Termin nicht hinnehmen, wenn ich zum Beispiel sage, ich habe im August gar keine Zeit oder keine Lust, weil ich was anderes machen möchte, dann ist das mein gutes Recht und dann habe ich dann Anrecht drauf, mein Geld zurückzubekommen. Gerade wenn es eine Absage aufgrund einer behördlichen Anordnung ist. Und darauf haben die Reiseveranstalter und eben, wie gesagt, ich sage jetzt einfach mal nur Eventim, es gibt ja noch andere Dienstleister, die ähnliche Sachen anbieten, die haben darauf keine Lust. Die wollen also dieses Geld nicht übermäßig aus dem System raus haben, was weiß ich, aus Gründen. Also ich habe da irgendwie ein Interview gelesen von jemandem vom Deutschen Reiseverband, der gesagt hat, naja, dann drohen halt noch mehr Insolvenzen aufgrund von Corona, wenn jetzt alle Leute ihr Geld wiederhaben wollen. Und deswegen wollen die eigentlich gerne Gutscheine ausgeben. Gutscheine über den gleichen Betrag, die man dann bei dem Veranstalter, bei dem Tickethändler erneut einlösen kann irgendwann, damit halt das Geld dann da schon ist im System und dann sei das ja ein Nullsummenspiel. Das sieht die Verbraucherzentrale ein bisschen anders, also die reden von einem Dammbruch und von einem zinslosen Darlehen, wo also das Liquiditätsrisiko auf dem Rücken der Verbraucher ausgetragen wird und da gehe ich eigentlich mit. Also das kann keine Lösung sein, das wird gerade auf EU-Ebene diskutiert, auf Initiative der Bundesregierung tatsächlich, gibt aber noch kein Ergebnis. Und die Veranstalter erwecken manchmal den Anschein bei den Kunden, dass diese Entscheidung ganz kurz bevorsteht und tut uns voll leid, aber wir haben echt gerade so viel zu tun und so viele Leute im Homeoffice, dass unser normaler Betrieb das gar nicht hergibt. Also selbst im normalen Betrieb könnten wir das nicht stemmen, aber es sind ja auch ganz viele, die gar nicht arbeiten können, bla 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 bla. Also das ist so ein bisschen schwierig. Ich hatte so ein bisschen darauf gehofft, dass am 30.04. auch das Thema Tourismus diskutiert werden würde mit den Ministerpräsidenten und der Bundeskanzlerin oder der Bundesregierung vielmehr. Das ist jetzt verschoben worden auf den 6. Mai. Das heißt, nach der geltenden Erlasslage müsste ich jetzt eigentlich, also wenn ich entweder könnte ich jetzt sagen, ich storniere mein Hotel und müsste dann 100% Stornogebühren bezahlen oder aber ich fahre hin und dann am 6., also zwei Tage, einen Tag nach meiner Anreise, würde also dann irgendwie in dieser Ministerpräsidentenrunde entschieden, dass dieses Verbot von dieses Beherbergungsverbot weiter verlängert wird. Also mein Hotel dürfte mich dann nicht beherbergen und ich müsste wieder zurückfahren. Und das ist total widersinnig und dumm. Natürlich fahre ich da nicht hin, ist ja vollkommen klar. Was soll ich da? Also ganz ehrlich, ich sage doch nicht umsonst, ich fahre den Mai über nicht ins Büro, aus Angst mich anzustecken oder sonst irgendwie was. Fahre aber mit dem Zug nach Berlin und sitze da eine Woche im Hotel und treffe mich möglicherweise mit anderen Menschen im Frühstücksraum oder sonst wo? Bestimmt nicht. Also ja, ich stelle mich im Augenblick darauf ein, dass die Kohle weg ist oder dass sie nur zum Teil erstattet wird, aber da sei die Verbraucherzentrale vor. Das werden wir dann nochmal genau besprechen. Also das fechte ich auch durch, das habe ich mir schon vorgenommen. Ja, die andere traurige Sache, was mich irgendwie zumindest ja doch angefasst hat, Sam Lloyd ist tot. Sam Lloyd, 56 Jahre, Schauspieler, der Neffe von Christopher Lloyd, also von hier bekannt unter anderem aus Zurück in die Zukunft. Sam Lloyd hat den Anwalt Ted Buckland bei Scrubs gespielt. Die Serie habe ich bis zum Schluss, selbst die letzte Staffel neun, die wirklich so eine echte Zumutung war, selbst die habe ich noch gerne geguckt. Das kommt alles so dadurch, dass ich jetzt diesen Scrubs Rewatch Podcast mit Donald Faison und Zach Braff so weg suchte, da kommt das alles so ein bisschen wieder hoch. Also ich erinnere mich einfach wieder gerne zurück an das, was mir damals so einen Spaß gemacht hat. Und da ist eben der Anwalt Ted ein ganz wichtiger Punkt gewesen in diesem ganzen Ensemble. Also ich mochte eigentlich alle Hauptcharaktere und ja, ihn halt auch. Und er hatte ja auch noch diese A Cappella Gruppe, mit der er auch mehrfach in der Serie zu sehen war, The Blanks. Die gab es ja wirklich und die haben wir zweimal live gesehen. Bei dem einen Mal war es so, dass irgendjemand ziemlich krank war und deswegen kein Meet & Greet machen konnten, aber beim zweiten Auftritt. Da haben wir sie dann kurz gesprochen, haben uns Autogramme geholt, wir haben auch irgendwo noch ein Foto oder nee, genau. Ich habe ein Foto gemacht mit den vier Jungs zusammen und das hat jemand anders mit seinem Handy fotografiert aus unserer Reisegruppe und hat es aber nicht hinbekommen, mir das zu schicken. Also es gibt, naja, wie auch immer, es ist ja jedenfalls in der Warteschlange habe ich halt die Gelegenheit gehabt, kürzend irgendwie ein paar Sätze Smalltalk mit den Burschen zu wechseln und der Typ war einfach wahnsinnig, wahnsinnig nett und ist einfach so, ja, die ganze Band mochte ich sehr an dem Abend. Die waren sehr freundlich und aufgeschlossen und Sam Lloyd hatte halt einfach so ein freundliches Wesen einfach, das man ihm sofort angesehen hat. Klar, der ist Schauspieler, man sieht das nur bis vor die Stirn, aber ja, ich bilde mir ein, das gesehen zu haben und das ist ein ähnliches Gefühl wie damals bei Dirk Bach. Den kannte ich ja nur überhaupt nicht, aber das hat mich auch irgendwie mehr berührt als der Tod eines anderen Promis. Keine Ahnung, weswegen. Kommen wir nun zu etwas völlig anderem, nämlich zu einem etwas ärgerlichen Nerd-Kram-Thema. Meine ganzen Podcast-Blogs betreibe ich ja mit WordPress und diesem Podlove-Plugin und das ärgert mich gerade, dieses Plugin und alles drumherum ärgert mich gerade ganz enorm, weil mit einem neuen Versionssprung kommt jetzt auch ein neuer Web-Player, also wenn man auf die Seite des Blogs geht, dann sieht man diesen Player und kann sich die Folge auch auf der Homepage anhören und das funktioniert nicht sofort. Also du führst dieses Update ab, normalerweise funktioniert das wirklich locker so weiter und du hast überhaupt kein Problem und dann guckst du dir halt die Seite an und dann steht da irgendein merkwürdiger Code an der Stelle, wo eigentlich der Web-Player sein sollte. Das scheint daran zu liegen, dass da einfach dieser neue Player vorausgesetzt wird. Den muss man sich aber gesondert installieren und getrennt von allem anderen konfigurieren. Und das war zumindest in den ersten paar Versionen dieses Players, kurz nachdem das Update veröffentlicht wurde, alles komplett vom Fachmann für den Kenner, vollkommen undokumentiert. Und dann gab es irgendwie, also es ist ein Riesenteil, ein Riesentrumm, das ist also auch optisch einfach echt schwierig in den meisten Blogs. Gab es irgendwie, gibt es so die Möglichkeit, du kannst den halt dann in den Konfiguration einstellen, kannst halt sagen, okay, welche Funktion soll denn außer dem Web-Player selber noch initial zu sehen sein? Und dann gibt es dann irgendwie, was weiß ich, den Download-Tab und den Teilen, also Sharing über Social Media oder Kapitelmarken. Aber es gab keine offensichtliche Option, gar nichts davon anzuzeigen. Und dann hatten sie in der ersten Version einfach oben in der Liste eine weiße Fläche, die musste man anklicken. So, Leute, ganz ehrlich, ein bisschen vom User her denken. Also, ich finde es wirklich super, dass es so viele Leute gibt, die sich da ehrenamtlich in ihrer Freizeit reinhängen und da richtig viel Energie reinstecken. Das ist wirklich, wirklich bewundernswert, ganz, ganz toll. Ich finde, die Optionen, die dieses, die Podlove bietet, finde ich wirklich, wirklich gut. Aber mal ganz ehrlich, also ich bin jetzt im siebten Jahr mit Podlove. Und je mehr ich mich damit beschäftige, desto mehr fallen mir die ganzen Schwächen auf, die dieses Ding hat und desto mehr geht mir das alles tierisch auf den Keks. Bis zu dem Punkt, wo ich jetzt schon selber sage, in meinem nächsten Podcast-Seminar werde ich das Ding nicht mehr, nicht mehr empfehlen für den Einstieg. Sondern ich werde, ich kann das einfach nicht mehr machen, weil selbst damals, als ich damit angefangen habe, Seminare zu geben, in meinem ersten Seminar, bin ich wirklich Schritt für Schritt alle Einstellungsmöglichkeiten durchgegangen. Das hat anderthalb Stunden gedauert. Und du hast nach 40 Prozent der Zeit gesehen, okay, die Leute steigen hier gerade aus. Und wir haben dann erstmal eine Pause eingelegt und haben noch eine außerplanmäßige praktische Übung gemacht, um einfach mal wieder ein bisschen mehr Luft zu kriegen. Weil die auch das einfach nicht, du hast einfach gesehen, die nehmen das wahr, ja okay, aber eigentlich hätte nur noch gefehlt, dass jemand sein Handy rausholt. Und jetzt habe ich also diesen Prozess von, man braucht irgendwie initial anderthalb Stunden, um dieses Plugin einzurichten, nochmal erweitert, um, du musst dich erstmal da reinfrickeln, dass dieser Player so funktioniert und so aussieht, wie du das gerne haben möchtest. Das ist ja toll, was man da alle konfigurieren kann, aber es gibt jetzt dann allmählich mal den Anfang von einer Anleitung, wie man das Ding anpassen kann. Die anderen Anleitungen werden jetzt überhaupt erstmal geschrieben und wie gesagt, die ersten, die es gibt, die sind alle nicht vom User her gedacht. Ich fasse das jetzt alles dann über die Zeit in meinem Podcast-Blog zusammen auf johansch.de, sobald ich das verstanden habe, was man da alles machen kann und wie das geht. Das Problem ist halt bei dieser ganzen Geschichte, es gibt eben, das ist halt alles noch Work in Progress. Also dieses User Interface, das ändert sich halt auch dauernd. Also ich kann im Augenblick nicht mehr machen, als an allen möglichen Stellen in meinem Blog schreiben, hier gibt es ein Update und hier musste ich mal irgendwie eine Passage entfernen und woanders hinschieben. Und das nervt mich halt und ganz ehrlich, es demotiviert mich auch. Also ich habe noch ein paar Sachen, die ich in meinem Tutorial weiterschreiben möchte und Sachen erklären möchte, wie man irgendwie spezielle Funktionen benutzen kann, was man mit diesen supergeilen Templates alles machen kann. Wie geil ist das? Du hast die Möglichkeit, in diesem Podlove-Plugin zu definieren, dass einige Datenpunkte aus dem Podcast automatisiert an bestimmten Stellen ausgegeben werden. Du musst nichts mehr eintragen einzeln, es ist keine Handarbeit mehr, es wird einfach gemacht, es passiert einfach, es ist super. Aber dann kommt halt sowas, wo ich mich jetzt wieder einarbeiten muss und dann gibt es halt diese Freakshow-Ausgabe, wo sie eben über das neue Projekt aus dem Podlove-Universum sprechen, den Radiator, der was komplett anderes sein soll. Wo es dann ein eigenes, in Anführungszeichen, Betriebssystem geben wird, wo man kein WordPress mehr braucht, wo man dann sein eigener Podcast-Hoster werden kann. Also es gibt ja Firmen, die sowas professionell anbieten, Podigy zum Beispiel oder Podcast.de und Podcaster.de und NKFM und wie sie alle heißen. Sowas kann man dann auf seinem eigenen Server machen. Ich habe so eine Theorie, was man dafür alles können muss, damit man das auf seinem eigenen Server machen kann und darauf habe ich keinen Bock. Und ich überlege jetzt hart, also ich überlege nicht, ob ich irgendwelche Podcasts deswegen einstellen möchte, aber ich denke sehr streng darüber nach, was ich tun kann, um aus diesem System rauszukommen, um davon wegzukommen von diesem Podlove, um einfach keinen Stress mehr damit zu haben. Ich habe mich jetzt halt so dran gewöhnt, diese Funktionen mit den, also wie gesagt, diese Template-Geschichten finde ich super geil. In allen anderen Formaten, die ich habe, werden die Beteiligten ja auch alle angezeigt mit ihren Social-Media-Dingen. Das finde ich so toll und ich will das nicht jedes Mal aufs Neue wieder machen müssen. Ich möchte da einfach ein Template haben, wo ich sagen kann, hier zack, bumm, unter den Bedingungen, das ist bei Jörn Schaas für einen Podcast zum Beispiel, bei dem, was ihr hört. Wenn sich hier jemand einmischt, das ist ja meistens meine Frau oder wenn ich sonst irgendjemand als Gesprächspartner dabei habe, dann muss ich nichts weiter tun, als anzuklicken, die Person ist jetzt dabei. Und dann erscheint da unten eine kleine Leiste mit dabei, Gesche, hier sind die Blogs und die Twitter- und Insta-Account und Ding-Bumm-Bumm und eine kurze Beschreibung, weswegen sie in der Episode ist. Das finde ich toll. So möchte ich das haben. Aber das gibt es halt auf keinem anderen System. Doof. Ja, wie gesagt, also es nervt hart. Kann ich nicht anders sagen. So ein bisschen eine Depri-Folge heute. Leider. Tut mir leid. Aber ich komme da jetzt auch gerade nicht so richtig raus, weil ich mich halt frage, ob ich die ganzen Jahre jetzt einfach in die falsche Richtung gelaufen bin. Oder ob ich nicht einfach hätte sagen sollen, ach komm, ich gehe zu irgendeinem Dienstleister, schmeiß da ein bisschen Geld drauf. Es ist ja schön, wenn man, also klar, ich kann ein paar Sachen selber machen. Und ich mag das eigentlich grundsätzlich auch so dieses Rumfrickeln an irgendwelchen Sachen. Aber meine Kenntnisse darin, was es rumzufrickeln gibt, die halten sich halt stark in Grenzen. Ich kann halt viele Sachen nicht. Ich bin auch kein, also ich sage es immer wieder, wenn ich Bock hätte, einen Server zu administrieren und irgendwelche IT-Fragen zu machen, dann wäre ich wahrscheinlich in der IT. Stattdessen bin ich Journalist. Ich sitze irgendwo in einem Studio, im Zweifelsfall hier in meinem Homeoffice-Studio und mache halt meinen Kram mit der Technik, die mir zur Verfügung gestellt wird, die ich benutze. Und ich bin bestimmt jemand, der ein bisschen mehr benutzen kann oder ein bisschen tiefer reingucken möchte, aber ich bin halt kein Techniker. Und das will ich auch nicht sein. Ich will einfach nur, dass ein System da ist, das ich einmal einrichte und das dann läuft. Und wenn irgendwas geändert wird an diesem System, dann möchte ich einfach, dass da eine Dokumentation dabei ist, eine Anleitung, die ich verstehen kann. Ich verlinke einfach mal scheißhalber auf die Seite von dem Podlauf-Projekt. Da gibt es oben den Reiter Webplayer. Da kann ich sagen, okay, wie geht denn hier Embedding? Und dann steht hier als erstes, erst mal kommt hier irgend so ein komisches JavaScript-Fenster, wo man sich das in der Sandbox anpassen kann. Und dann steht hier, Selector can be a CSS-Selector or DOM-Node-Reference. Und da bin ich raus. Es gibt auch keine weitere Erklärung, was das alles bedeutet. Es ist halt einfach von Leuten geschrieben, die das programmiert können und für die ist das offenbar verständlich. Ich aber nicht. Also ich komme da mit ins Schleudern. Und im Augenblick, also die ganzen Template-Frickeleien, die ich mir noch so vorgenommen habe, das lohnt sich ja offenbar gar nicht, das noch weiter zu verfolgen. Also lasse ich es sein. Es bleibt jetzt einfach in meinen Podcast-Blogs von der Darstellung her so, wie es ist. Und das reicht dann. Und jetzt passe ich halt die Änderungen an, die anzupassen sind für diesen neuen Webplayer. Und vielleicht kann ich irgendwann verstehen, wie ich den dann nochmal an meine Bedürfnisse anpassen kann. Oder halt auch nicht, was weiß ich denn. Und dann ist das so. Ja, wie gesagt, also sorry für diese Depri-Episode gerade. Aber das musste jetzt auch einfach mal raus. Abgesehen davon bin ich der Meinung, dass Horst Seehofer als Bundesinnenminister zurücktreten sollte, bis das passiert, bis hier die Stimmung wieder besser ist oder bis eine neue Folge von Jörn Schaas von einem Podcast erscheint, wünsche ich euch eine fantastische Zeit. Tschüss, bis bald.